Ja, moin, herzlich willkommen zu den nunmehr 14. Kieler Open Source und Linux Tagen. Es freut mich, dass wir wieder so eine große Runde geworden sind, halt morgen hier schon zur Begrüßung. Normalerweise tröpfeln die Leute erst so gegen Mittag ein. Hauke und ich erzählen noch so ein paar organisatorische Sachen für die nächsten zwei Tage und danach übernimmt dann auch direkt schon unser prominenter Keynote-Speaker, der uns ein Abo verkaufen möchte oder uns erzählen möchte, ob Abos gut sind oder nicht. Das ist ein schöner Aufhänger, weil ja das gerade ein Thema ist, was in der Softwarewelt umgeht. Natürlich, nachdem Adobe irgendwie angefangen hat, hat er Microsoft nachgezogen, aber die Open Source-Welt war schneller, habe ich glaube ich in der Beschreibung schon gelesen. Aber das lassen wir uns später alles noch erklären. Organisatorisch heute Abend ist Grillen nach dem letzten Vortrag, der hier stattfindet, also so gegen 17 Uhr nachher. Wäre gut, wenn ihr Grillgut noch irgendwie zwischendurch besorgt. Es gibt so ein paar Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. Wir haben auch, glaube ich, einen ganz kleinen Vorrat so zum Selbstkostenpreis zum Abgeben, aber sich darauf zu verlassen wäre fahrlässig, weil wir wissen nicht, wie viele Leute vorher kommen und wenn wir dann ganz viel Fleisch kaufen, dann sitzen wir nachher drauf rum. Ansonsten gibt es eine Kaffee-Flatrate, unten gibt es für 10 Euro einen Kila-Linux-Tage-Kaffeebecher und den kann man sich so oft auftanken lassen mit Kaffee oder mit Tee, je nachdem, was man mag. Das gibt es sonst auch noch. Getränke, kalte, zum Beispiel Erfrischung gibt es unten und Sandwiches auch zu günstigen Preisen, Wreps und andere Sachen auch zur Mittagszeit nachher. Da kann man sich auch noch eindecken. Jo. Ansonsten Workshops haben wir noch. Kann man sich noch anmelden heute oder? Prinzipiell kann man sich noch anmelden, aber ich denke, wer es jetzt übers Internet sieht, hat es verpasst. Genau, aber ihr könnt ja sonst gucken, was im Programm steht. Die Programmheftchen liegen überall aus und dann könnt ihr ja sonst gucken, ob die Referenten, die halt einen Workshop veranstalten, unten auch einen Stand irgendwo haben. Dann sprecht ihr die einfach an, ob noch ein Plätzchen für euch frei ist und dann könnt ihr das ja vor kurzem Dienstweg noch erledigen. Ansonsten Vorträge finden hier statt, unten in zwei Räumen und oben noch einen Raum? Ja, und im anderen Gebäude haben wir noch zwei Räume, also fünf Räume insgesamt parallel mit Workshops und Vorträgen. Genau, und das zweite Gebäude kommt ihr auf dieser Etage, wenn ihr den Flur ganz runterlauft. Da ist so eine Fußgängerbrücke, da braucht ihr nicht unten irgendwie und dann wieder Tür aufschließen und so weiter und so fort. Einfach den Schildern. Genau, ja nochmal, wem wir alles danken müssen. Wir müssen vor allem Hauke danken, der die Klärungstage jetzt seit Jahren organisiert und wenn die Tage jetzt zu Ende sind, dann kriege ich Montag garantiert die erste E-Mail für die Planung zum nächsten Jahr, was alles zu bedenken ist. Ansonsten müssen wir Maren danken, die macht ja seit zwei Jahren, glaube ich, das Design. Seit drei, glaube ich schon. Seit drei, vier Jahren? Ich weiß nicht, die Zeit fängt schnell. Ewig. Und die macht die schönen Plakate und alles, die Programmhefte und die Webseite so ein bisschen designtechnisch. Das ist super ehrenswert, dass sie das macht. Ansonsten müssen wir dem Kids danken, weil das Kids uns hier die Räume zur Verfügung stellt und wir hier ohne groß Geld bezahlen zu müssen eingeladen werden, die Veranstaltung abzuhalten. Von daher auch vielen, vielen Dank ans Kids. Falls ihr mal ein Start-up gründet oder so, die haben hier günstige Büroräume, klein und groß, die man mieten kann. Und die machen auch das Catering da unten, da haben wir nicht so viel mit am Hut. Ansonsten, wenn Fragen sind, könnt ihr Hauke ansprechen, der läuft hauptsächlich unten rum. Ich sitze da hinten am Video-Equipment und werde aufnehmen. Und ja, es sind noch Fragen zu den nächsten zwei Tagen, die könnten wir noch kurz beantworten jetzt, so ganz allgemeiner Natur. Nee, keine Meldung? Okay, dann Johannes, vielen Dank, dass du die Keynote hältst und viel Spaß. Ja, fange ich mal an. So, ich bin schon 6.32 Uhr unterwegs, also alles gut. Ja, moin, auch von meiner Seite. Ich wollte heute was über Herausforderungen für freie Software erzählen und zwar auch die Herausforderungen, die man hat, wenn man damit Geld verdienen will. Wer langfristig sich mit freier Software beschäftigen will und das mag, sollte idealerweise auch davon leben können. Das ist so die Grundlage und das eben immer mehr auch in Sachen Subskriptionsgeschäft geht. Darüber wollte ich heute ein bisschen was erzählen mit so einem kleinen Ausflug drumherum. Genau. Ja, ich selber, ich komme aus dem Emsland, bin dann irgendwann nach Göttingen zum Studieren gegangen, da hängen geblieben. War dann ganz viel in Kiel, weil ich während meiner Doktorarbeit so eine, da habe ich Astronomie gemacht und da hatte ich so eine Kooperation hier mit der Uni und dann bin ich fast jeden Monat zweimal hier nach Kiel geschippert. Das war noch nicht so schnell wie jetzt mit dem ICE, ist auch schon über 20 Jahre her. Und jo, insofern mal wieder hier. Fangen wir an, weil wir auch schon ein bisschen in der Zeit sind. Das ist eine Open Source Ressource, da kann man jetzt sagen, die Luft und da kann man sich jetzt mit ganz viel Gehirnschmalz ein Geschäftsmodell für ausdenken. Wie kann ich mit Luft Geld verdienen? Und da braucht man verschiedene Sachen. Man braucht Glück und einen Ort und einen alten Schlager, Berliner Luft. Das heißt, da kann ich jetzt eine Dose machen und wenn ich in Berlin bin, dann kann ich da an jeder Ecke eine Dose Berliner Luft. Ich habe auch eine bei mir auf dem Schreibtisch stehen, hat mir eine Kollegin mitgebracht, weil die die Folie schon kennt. Die Qualitätssicherung in diesem Produkt ist nicht vorhanden, braucht kein Mensch, aber man kann damit Geld verdienen. Also die Dinger werden für 5 Euro vertickt, Herstellungspreis irgendwo 20 bis 30 Cent, je nachdem, wie viel man auf einmal machen lässt. Und dann stellt man sich da hin und vertickt die für 5 Euro. Und das ist ein Geschäftsmodell mit einer freien Ressource, die jeder sozusagen ziehen kann und wo man auch nicht viel Verlust dran machen kann, außer man hat keinen Bock mehr, sich damit irgendwo hinzustellen auf so einen Turi-Hotspot. Das ist eine Open Source Ressource, die ist schon ein bisschen mehr unter Betrachtung. Wenn ihr wisst, was Nestle gerade alles anstrebt, damit Wasser eben kein freies Gut mehr ist, sondern dass eigentlich jedes Wasser auf der Welt irgendwem gehören soll. Das ist sozusagen gerade die Lobbyarbeit, die unter anderem auch Nestle betreibt. Und bis jetzt ist Wasser da, wo ich es finde, noch ein freies Gut. Bis jetzt, also der Wald zum Beispiel ist schon seit Jahrhunderten in Besitztümer aufgeteilt. Bei Wasser ist es noch nicht so. Und dann habe ich hier ein Geschäftsmodell, wo jemand einfach Wasser aus der Erde tankt, da jetzt auf den Inhalt schon richtig gut gucken muss. Also da gibt es dann eben Leute, die den Quellcode auch betrachten. Institut Fresenius hat jeder schon mal gesehen. Das sind Leute, die sozusagen sich das Quellwasser angucken und sagen, wie gut ist denn das? Ist die Codequalität in dieser Open Source Ressource okay? Kann man damit Babys ernähren? Wie ist die Usability von diesem Produkt und all so weiter? Und die haben es sogar geschafft, diese Marke, das ist übrigens ein grüner Laser, da muss man ganz schön für gucken, bis man einen grünen Laser findet an seinem Pointer. Die haben sogar geschafft, ihre Marke Seltas sozusagen für Wasser stehen zu lassen. Ich will ein Seltas, sage ich vielleicht irgendwo, und dann kriege ich irgendein Wasser und bin zufrieden. Ich wollte ein Seltas haben, ich habe ein Seltas bestellt, ich kriege irgendein Wasser und ich fühle, dass ich richtig bestellt habe. Das ist schon nicht schlecht. Also, wenn ich sage, ich benutze Linux und in Wirklichkeit mache ich Ubuntu, naja. Also, das sind so Punkte, die hier sehr gut laufen. Man hat das Wasser gezogen, das ist ein Open Source Geschäftsmodell. Das heißt, man braucht ein bisschen Fantasie und man muss an seiner Marke arbeiten. Bei Berliner Luft hat das Paul Linke erledigt, der hat einen Schlager geschrieben, den jeder kennt. Die Marke ist Public, da muss ich mich nicht drum kümmern. Jeder darf diese Dose mit Berliner Luft bekleben. Hier bei Seltas, das darf nicht jeder. So, wir machen jetzt ganz kurz über uns bei Sernet. Wir machen zwei, inzwischen noch ein paar mehr, aber das älteste Open Source Produkt, was wir unterstützen, ist Samba. Community Driven Business, hier ist schon der Geschäftsaspekt. Samba kommt nicht von uns, sondern vom Samba Team. Das Samba Team ist eine Foundation, die eigentlich bei der Free Software Foundation angeliedert ist. Das ist also sozusagen, hier in Deutschland würde man sagen, das ist ein Verein. In Amerika ist ein nicht gewinnorientierter Verein, eine Foundation. Und da sitzen jetzt verschiedene Entwickler, die da Mitglied sind, seit 1994. 1994 und coden das SMB-Protokoll auf Unix. Angefangen nebenbei nicht unbedingt auf Linux, weil das schon ein bisschen älter ist fast als Linux. Nicht viel, aber parallel. Und ist eine Implementierung des SMB-System Message Blocks, also des alten IBM-Protokolls, was sich dann auch Microsoft irgendwann genommen hat. Ungefähr die gleiche Zeit, ein paar Jahre früher, um da seinen Ladenmanager mitzubauen. Samba Team sind nicht wir. Wir gehen einfach hin bei Sernet und sagen, wir beschäftigen Samba Core Team Mitglieder. Und wir haben also zur Zeit fünf. Und deswegen haben wir hier die Möglichkeit, zum Beispiel auch Quellcode upstream zu schieben und verschiedene andere Sachen zu machen, sodass wir hier tatsächlich die Samba Entwicklung sehr stark beeinflussen können. Wir müssen trotzdem immer nett zum Team sein. Das heißt, es gibt die Samba Community, die Entwickler Community, das Core Team. Das sind etwa 15 bis 20 Leute, die 99,99 Prozent von dem Code schreiben. Manchmal sind es auch nur zehn über ein Jahr oder so. Und hier haben wir von 1996, seitdem wir uns gegründet haben, Geld mit Support verdient. Und hier kommt schon der Punkt. Wir haben Geld mit Support verdient bis 2008 immer mehr. Ab 2008 wurde es auf einmal weniger. Und dann haben wir uns gefragt, wie kommt denn das, dass wir immer weniger Support machen? Braucht kein Mensch mehr Samba? Oder ist das so einfach zu installieren, dass man weniger Support braucht? Und dann haben wir was gemacht. Und da komme ich nachher zu, wie es dann weitergeht, warum wir jetzt Subscriptions verkaufen, warum hier ein Plus steht. So, Very Nice ist ein anderes Produkt. Wir sind, zur Hälfte unseres Umsatzes machen wir nämlich eigentlich IT-Sicherheit. Wir machen Firewall-VPN-Geschichten sozusagen für gewerbliche Kunden, Krankenhäuser, Automotive, alles Mögliche. Und irgendwann kam mal einer an und sagt, ja, wir brauchen auch den Compliance-Bereich, das heißt Sicherheitsmanagement nach der ISO 27001. Und dann haben wir mal angefangen, ein Tool zu schreiben. Und das wurde immer mehr und immer größer. Und irgendwann haben wir gesagt, wenn wir sehr nett heißen, dann muss unser Tool Very Nice heißen. Wir haben bei VerySign nachgeguckt, weil dann machst du hier ein I rein, guckst auf Google, null Treffer, hast eine Marke gefunden. Und dann haben wir unser Tool so genannt. Und das ist ein Tool, das ist ein Java-Programm, das wir schreiben, das dann auf Linux, Mac, Windows läuft und mit dem man Sicherheitsmanagement machen kann. Das Interessante ist, dass wir dann gesagt haben, jetzt ist es andersrum. Wir schreiben diese Software selbst, wir geben sie gleich unter GPL V3 raus und machen daraus ein Open-Source-Produkt, weil wir jetzt zum Beispiel schon mit einer Firma zusammenarbeiten, die auch am Source-Code schreibt, im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung, die wir nicht gewinnen wollten und die aber dann gewonnen haben, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir arbeiten mit Universitäten zusammen, da schreiben wir Bachelor und Masterarbeiten. Also das ist also die Art und Weise, wie wir denken, man kann sowohl Software erweitern und nett zum Team sein, man kann auch gleich gucken, ob man nicht ein Team gründen kann. Und alles, was wir veröffentlichen, ist freie Software. Also ganz einfacher Punkt, kann ich gleich nochmal ein nächstes Beispiel zu nennen. Freie Software sieht im Idealfall so aus, wenn man auf den Code guckt, man hat verschiedene Bestandteile und da hat man dann halt verschiedene Autoren, die ihren Krams dabeigeben und alles ist wunderbar und jeder muss sich seine Lizenz suchen und der eine macht GPL V3, der andere hat eine Eclipse-Lizenz und so weiter. Wenn man dann kompiliert, hat man das Ding, da kommt das rein und was man da rauskriegt, ist sozusagen der Smoothie und das ist sozusagen das Programm. Und aus diesem Smoothie muss man dann versuchen, seine verschiedenen Obstsorten rauszuschmecken und da gibt es dann Firmen wie Black Duck, die jetzt sagen, naja, in diesem Obstsaft sind folgende Obstbestandteile drin. Also die euch dann eine Lizenzanalyse machen und sagen, was ist denn in dem Obstsaft, den ihr da verkauft habt, tatsächlich in Bestandteilen drin. Und das ist eine der großen Herausforderungen, wenn man Software schreibt und verticken will, dass man lizenztechnisch sauber sein will. Da kommt dann die Juristerei ganz fies ins Spiel, weil wenn ich Software verkaufe, wo ich nicht die Lizenz für alle Bestandteile habe, kann es mir richtig dreckig gehen. Und da ist dann einfach der Punkt, nicht jeder Entwickler, nicht jede Entwicklerin guckt immer genau nach, habe ich auch das Recht, folgenden Code zu übernehmen. Also es gab mal vor 12, 15 Jahren so eine Geschichte, dass Teile des NFS-Codes in Linux nicht sauber von Sun übernommen waren. Dann musste das neu geschrieben werden in Bestandteilen. Das war nicht lustig. Sun war zu der Zeit Netz zur Community. Ob sie das heute unter Orgel noch wären, ist eine andere Frage. Aber damals ging das alles gut ab und dann musste halt NFS-Code auch neu geschrieben werden, damit es sozusagen sauber unter GPLV2 in den Körnel kann. Da gibt es dann Leute, hier sogenannte Patentrolle, die dann ihr Geld damit verdienen, sozusagen da dann Leuten wie uns, die Software schreiben, das Leben schwer zu machen. Das Problem ist, dass ich mit Patentclaiming mehr Geld verdienen kann als mit Software schreiben. Das ist das Unangenehme. Das heißt, man muss nur Idiot oder, ich weiß nicht, fällt mir jetzt kein Wort ein, wir werden hier aufgezeichnet, das kann ich ja nicht ins Netz streamen. Also man muss schon reichlich, naja, durchtrieben sein, um daraus ein Geschäftsmodell zu machen, weil man vielleicht zu faul ist oder nicht das Wissen hat, um Code zu schreiben. Entsprechend haben wir damit ein Problem. Und dann gibt es Leute, die sind da richtig weit. Das ist eine Patentschrift von Apple. Die patentieren halt alles rechts und links um sich herum. Apple ist ein schönes Beispiel für Piraten. Apple, und das hat die Jobs immer gemacht, Apple hat sich Code geklaut, genommen, gemacht und getan, bis zum Exzess. Das da drin, das Betriebssystem vom iPhone basiert immer noch auf dem, im Wesentlichen freier Software und hat dann drum herum gebaut und gemacht. Und sobald einer was bei Apple klaut, geht das riesen Geschrei los. Also klassisches Piratenverhalten, immer alles klauen und sich nicht mehr wegnehmen lassen. Man muss dann halt nur sehen, dass heutzutage man auch bei Android nicht besser da ist. Also ein Handy kostet immer 800 Euro, sage ich. Das kostet bei Apple eichte 800 Euro. Und man kann es relativ sicher einpacken. Bei Android zahle ich halt die Hälfte, aber die andere Hälfte zahle ich mit meinen Daten an Google. Und dann muss man eben gucken, was für ein Gerät man nutzen will. Also, naja. Man muss aber auch aufpassen, Apple, gerade neue Version Caps 2.2, Apple produziert auch freie Software. Caps komplett von Apple. Sehr gute Software, mit der kann man dann auch drucken. Und wir sind darauf angewiesen und wir finden es auch gut, dass Apple da die Community stützt. Das schreiben sie nur nicht groß auf ihre Webseite, dass sie auch wirklich zu Open Source beitragen. Microsoft ist da jetzt ein bisschen weiter, dass sie ingenieurtechnisch zumindest Open Source gut finden. Was Legal und Marketing von denen angeht, ist ein anderes Blatt. Da kann man einen eigenen Vortrag drüber halten, wie die ihr Zeugs verknicken. Also Patente sind überall und man muss immer aufpassen, wenn man Software sozusagen schreibt und veröffentlichen will, dass man A, das Copyright hat auf allem und B, möglichst einen Weg hat, an Patentklagen vorbeizugehen. Eine Möglichkeit, die man hat, ist, dass man grundsätzlich Personal Copyrights in seinen Code schreibt und sich damit pro Privatperson auf seinen Forschungsfreibehalt berufen kann und sagen, wenn ich als private Person Code schreibe, zum Beispiel in Samba, ist alles mit dem Copyright der Autoren belegt. Es gibt wenig Corporate Copyright, da hat die IBM mal was Code dazu gegeben und andere. Aber im Wesentlichen ist der Samba-Code von Menschen geschrieben und die besitzen auch das Copyright als Teammitglieder. Und nicht hauptsächlich Firmen. Das ist ein wichtiger Punkt. Da hat man nämlich dann sehr gut die Möglichkeit, weil eine Firma wird sofort verklagt auf Patentverletzungen. Einzelne Personen kann man viel schwerer auf Patentverletzungen verklagen, weil man da erstens nicht viel holen kann. Und B, weil man ja grundsätzlich, wenn man so lange als Mann als Einzelperson zum Beispiel nicht direkt Einkommen daraus hat, man dann auch schwieriger belangt werden kann. Aber wenn selbst der Vortrittsbalken sozusagen patentiert ist, ist selten eingeklagt worden, dann hat man einen Eindruck davon sozusagen, wo man dann eben aufpassen muss, wenn man was arbeitet. Die nächste Challenge für uns ist Cloud. Dazu noch ein Punkt. Die Private Clouds, das ist eine Sache, das ist klar. Jeder hat verteilte Rechner hinter Firewall stehen. Die Public Cards kommen jetzt gerade mit Macht sozusagen. Amazon Web Services funktioniert schlicht und einfach und die Leute nutzen das. Und Azure oder Azure von Microsoft kommt dazu. Was ist das Problem für uns? Beispiel, die gesamte Google-Infrastruktur basiert auf freier Software. Das heißt, die haben da Linux-Geräte ursprünglich auf billigster Hardware, ganz viele verkettete, verparallel arbeitende, vernetzte Rechner gebaut und haben dann ihre Infrastruktur hochgezogen. Und sie haben natürlich diese Infrastruktur verbessert. Sie haben jede Menge Leute an Bord genommen, die diesen Quellcode erweitert haben und dann läuft die Google-Infrastruktur rund. Aber Google liefert seine Software nicht aus. Google benutzt diese Software im Backend und kann damit arbeiten und bietet erstmal nur Web-Services an. Mit anderen Worten, sie muss den Quellcode nicht rausrücken und das tut Google auch nicht. Das heißt, die gesamte Wissenserweiterung, dass ich sage, ich kann weltweit ein Cluster mit was weiß ich für tollen Geschichten bauen, basiert auf freier Software, die wir alle mal geschrieben haben und dann kommt der nächste Schritt und solange ich hinter der Firewall bin und nur Web-Services anbiete und ich habe keine AGPL drin, keine Afero-GPL, kann ich vielleicht noch kurz erläutern, bleibt das hinter der Wolke, hinter der Firewall. Und das ist ein Riesenproblem für uns, weil wir dadurch, wir verlieren regelmäßig sozusagen zum Beispiel Kernel-Entwickler von Google und es gibt von Noah Kohr-Hattmann, ein Entwickler, der früher bei SUSE war, einen schönen Vortrag, Google Eats Developers. Man sieht immer, wenn ein Kernel-Developer bei Google angefangen hat, droppt seine Commitrate sozusagen im Quellcode erstmal, weil er auch für Google intern arbeitet und das wird nicht committed und nur das, was Google rausgibt, wird sozusagen public. Und das ist ein Problem, wenn Firmen in diesem Cloud-Business sozusagen Entwickler fressen. Dann hat man nämlich hier sozusagen, ich vergleiche Open Source immer sehr schön mit so einem klaren Bergsee und ganz unten hat man so das schlammige Wasser und wichtig ist, dass immer klares Wasser oben zukommt und wenn wir oben kein klares Wasser zukommen haben, dann wird es eher immer ein bisschen schlammiger und das heißt, die Gesamtcode-Qualität, da gibt es auch Leute draußen, die nicht so gut programmieren und die bei Sourceforge alles Mögliche einstellen, wenn die sehr guten Entwickler immer von diesen großen Unternehmen abgefischt werden, dann sinkt die Gesamtcode-Qualität, die wir sozusagen auf GitHub und anderen Repositories vorfinden und dann sind die Leute halt hinter irgendeiner Mauer gefangen und können nicht weiter. Interessant ist, dass für Entwickler natürlich das ein tolles Schlaffenland ist. Also Entwickler haben in diesen Zeiten sozusagen Software bestimmt die Welt. Wer Softwareentwicklung lernen will als Entwicklerin oder als Entwickler, findet einen super Markt vor. Man kann sich wirklich an die beste Futterstelle begeben. Man hat als Entwickler wirklich gute Möglichkeiten, gutes Geld zu verdienen und wer jetzt sich noch überlegt, wo es hingehen soll, muss sich wirklich überlegen, ob man dafür geeignet ist, dort auch in diese Richtung mehr zu machen. Früher war es so, und jetzt kommen wir langsam auf die Subtripschen-Geschichte, früher war es so, dass wir eigentlich im gleichen Regal standen. Wir hatten sogar mit Microsoft mehr zu tun als mit Google, weil Microsoft und wir im Open-Source-Bereich, wir haben Software übergeben. Bei Microsoft hieß das Euler, bei uns hieß das dann vielleicht GPL, aber wir hatten beide die Tendenz, Software zu übergeben und Cloud war von beiden der Wettbewerber. Und Microsoft musste sich überlegen, wie sie denn sozusagen ihre Software an die Leute kriegt. Die haben ihre Software verkauft und dann gab es die Sicherheitsupdates für Lau. Später haben sie dann auch schon Mietmodelle und Abo-Modelle gemacht, aber man bekam immer noch die Software auf den Datenträger oder über das Internet ausgeliefert. Und das ist etwas, was jetzt auch Microsoft immer mehr weniger macht, sodass sie sich langsam davon entfernen, Software zu überlassen. Und das ist auch ein kritischer Prozess, wenn ich sozusagen mein Office 365 halb in der Wolke habe, jetzt das neue Lizenzmodell von Microsoft, dass auch Windows 10 komplett in das Subscription kommt. Das heißt, mein Windows 10-Rechner muss sich alle 30 Tage mit dem Internet verbinden, um bei Microsoft sozusagen nachzugucken, ob da eine gültige Lizenz für 6,95 Euro eingekauft wurde im Monat. Und wenn das nicht ist, dann wird Windows 10 nicht mehr arbeiten. Das ist im Grunde das Ende von Softwareüberlassung, weil ich damit sozusagen die Nutzungsrechte an der Software verlieren kann, bloß weil mein Laptop sich nie mehr mit dem Internet verbinden kann, 30 Tage lang. Dann fängt es an, die Funktionen einzustellen. Das muss man dann sehen. Da kann man sich auch gleich einen Chrome-Rechner kaufen, der nur mit Internet funktioniert. Also das sind Tendenzen, die uns da sehr sozusagen Schwierigkeiten machen. Und wir haben also bei Windows sozusagen alle möglichen Mutationen und wo das da hingeht, das wissen wir nicht. Aber auch bei Linux haben wir ganz viele Herausforderungen. Wir haben, wenn ich mir jetzt die Entwicklung rund um Unity angucke, das ist dann schon wirklich schwerwiegend. Also es gibt diesen Kampf zwischen Leuten, die sagen, ja, du sollst Unity benutzen, du sollst GNOME 3 entwickeln, benutzen. Und die Idee, wo eigentlich Linux hingehen soll, ob wir jetzt auf das Tablet laufen sollen oder ob wir noch PCs unterstützen mehr sollen. Das ist ein Riesenkampf in der Community. Und deswegen ist für uns gerade spannend, was Linux sozusagen als das Open-Source-System eigentlich für eine Entwicklung machen wird. Weil wenn man sich anguckt, was in der Linux-Foundation für Streitereien laufen und wer da versucht, Einfluss zu kriegen, auch auf Open-Source, das ist politisch hochinteressant. Also es hat gerade ein Kernel-Entwickler gegen VMware im Prozess verloren in Hamburg, der eigentlich seine Rechte an dem Code durchsetzen wollte. Und dann gab es Anwälte der Free Software Foundation, lustigerweise, die sowohl ihn unterstützt haben, aber auch zum Beispiel VMware beraten haben. Und da laufen gerade wildeste Lobby-Schlachten ab. Weil natürlich die Industrie, die sozusagen auch natürlich mehr und mehr in diese proprietären Produkte auch freie Software einbinden will, Interesse hat, immer noch so wenig wie möglich abzugeben. Wenn man jetzt als Entwicklerin oder als Entwickler freie Software rausgeben will, dann muss man sich in Teams organisieren. Und man kann sich hier in so eine Firma stellen, wo man dann hier an diesem Trampelfad schön hintereinander herläuft und dann sagt, ja, okay, ich mache das in einer größeren Firma, das finde ich gut, da kriege ich mein regelmäßiges Geld. Es gibt natürlich dann auch die Wegeentscheidung hier vorne vielleicht und dann muss ich halt mittrampeln. Das sind Punkte, wo man Kompromisse machen muss, aber wo man dann eben sozusagen für sein tägliches Leben vielleicht eine etwas größere Sicherheit hat. Man kann aber auch sich hier so einer losen Gruppe anschließen. Leute, die sagen, ja, wir sind eine Gruppe von Gleichgesinnten, wir sind eher locker organisiert und wir wollen in irgendeiner Weise Quellgut machen. Wir wollen auch davon leben können. Das heißt, wir wollen damit Geld verdienen. Und dann gibt es da hinten die Freelancer, die auch da rumspringen und sagen, das können wir auch ganz alleine und sagen, ich finde hier genug zu fressen und ich kann hier auch meine Nahrung finden. Und alle zusammen sind sie in the wild, weil da draußen gibt es jede Menge Feinde. Und der da alleine wird vielleicht nicht so schnell angegriffen, weil er dynamischer und beweglicher ist. Die da vorne sind vielleicht noch mehr gefährdet als der Einzelne oder diese ganze Gruppe. Spannende Frage, aber auch hier kann mal ein schwaches Bliet rausgerissen werden. Also, wer in dieser Wildnis unterwegs ist, der hat verschiedene Methoden, um sozusagen dem Risiko entgegenzulaufen. So machen das auch wir. Und jetzt komme ich zu unserer Geschichte Samba zurück. Wir haben jahrelang Samba nur mit Dienstleistungen verkauft. Das heißt, wir haben gesagt, hey, wir haben diese Samba-Entwickler, wir können da unser Geld mitverdienen. Und alles war wunderbar bis 2008. In 2008 ist unser Umsatz in Support, hatte sein Maximum und dann ging es rasant abwärts. Wir haben überhaupt nichts geändert. Wir haben unser Angebot gemacht, wir hatten unsere Webseiten, wir haben Pakete, die wir Enterprise Samba nannten, für umsonst sozusagen auf den Markt geworfen, weil die Leute dann angerufen hatten, wenn sie Probleme damit hatten. Das haben andere auch gemacht, auch wer Linux supportet oder andere Sachen sagt, der lade dir das runter, ich kann dir helfen. Das supportgetriebene Geschäftsmodell ist das Vorherrschende in der Industrie, in der Open-Source-Industrie. Das heißt, es gibt viele Leute, die sich mit LibreOffice auskennen, die sich mit Linux auskennen, die sich mit allen möglichen Sachen auskennen und dann eben Support geben können. Das haben wir auch gedacht und gemacht. Und dann haben wir festgestellt, dass unser Support-Umsatz runtergeht, haben eine Weile geguckt und dann haben wir festgestellt, in 2013, so geht es nicht weiter, und haben diskutiert mit unseren Teammitgliedern und dann haben wir gesagt, wir müssen was ändern. Wir liefern jede Menge Pakete für lau raus. Wir müssen wissen, ob die überhaupt noch vernünftig gezogen werden und wer die benutzt, weil wir hatten immer noch auf unseren Download-Servern ordentlich Last. Und dann haben wir eine Sache gemacht, die sozusagen unsere Entwicklergemeinde nicht mochte, das habe ich dann aber durchgesetzt. Wir haben gesagt, man kriegt die Pakete nur noch, wenn man sich vorher bei uns registriert. Und zwar nur die E-Mail-Adresse. Das heißt, du konntest dann diese Enterprise-Samba-Pakete von uns weiter runterladen und musstest dich nur in einem kleinen Portal mit deiner E-Mail-Adresse registrieren, damit wir E-Mail-Adressen zählen konnten. Und das haben wir dann gemacht und innerhalb vom guten Jahr hatten wir 7.000 E-Mail-Adressen auf der Liste. Leute, die das mal probiert haben und 2.000, die uns ganz offensichtlich in ihre Repositories eingetragen haben. Das heißt, die regelmäßig Updates von Samba zogen. Da wussten wir, da ist ein Markt. 2.000 Leute ziehen regelmäßig unsere Samba-Pakete. Und dann war da auch mal General Motors dabei und ein paar andere sozusagen, wo du sagst, wollen wir denen jetzt unbedingt was schenken? Und dann habe ich wieder mit unserem Team diskutiert und gesagt, ihr könnt jetzt so weitermachen. Wir können General Motors unsere Software schenken und auch den anderen Anbietern, den anderen Nutzern. Aber unser Support-Umsatz geht zurück und wir müssen schon 1.000 andere Sachen machen. Im Höhepunkt hatten wir 5 Leute, die nur Samba-Support gemacht haben und 2014 war es eine halbe Stelle. Und da muss man dann sagen, gleichzeitig ist die Download-Zahl riesenhoch und bleibt oben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen tatsächlich Subskriptionen verkaufen. Das heißt, wenn es sich nicht rechnet, etwas zu verschenken, muss man aufhören, etwas zu verschenken. Dann haben wir gesagt, wir können einfach die Pakete vom Netz nehmen. Wir wollen, wir haben damit keine Geschäftsgrundlage mehr. Und die Alternative war, nehmen wir jetzt die Pakete vom Netz, wir machen uns gar nicht mehr die Arbeit. Weil Entwicklungsaufträge hatten wir genug. Also unsere Samba-Kollegen sind ja nicht arbeitslos geworden, die haben ja einfach mehr entwickelt. Wir haben für alle, die Storage machen, irgendwie Samba weiterentwickelt. Wir hatten Aufträge, aber unser Support ging weg. Und die Leute haben unser freies, geschenktes Paketzeugs nicht haben wollen. Dann haben wir gesagt, doch, wir wollen die Pakete verkaufen. Und dann haben wir festgestellt, es gibt überhaupt gar kein Management-System, das es uns erlaubt, ein Abo von Open-Source-Software zu verwalten, das es in freier Software auf dem Markt gibt. Bei Red Hat kann ich Subscriptions kaufen, ich konnte auch bei Microsoft schon Subscriptions kaufen. Überall konnte ich Abos kaufen, aber nirgendwo gab es ein System, was wir benutzen konnten, was frei war. Und wo wir sagen können, da können dann auch andere das nach ihrem Belieben anpassen. Also es gab überhaupt kein freies Software-Projekt für Subscription-Management. Es gibt da draußen in der Cloud zig Billingsysteme, aber an die gebt ihr dann die Daten ab. Das heißt, ihr könnt euch an ein webbasiertes Billingsystem anhängen. Und dann könnt ihr sagen, klar, die sollen für mich das in Kassel machen. Die machen auch Subscription-Management, aber das ist alles in der Cloud. Und entsprechend wird dann natürlich eure Kundendaten, eure Bestandsdaten, alles rausgezogen. Leute, die keine Angst vor sowas haben, sollen das machen. Wir fanden die Idee, dass man sowohl seine Kundendaten als auch seine eigenen Daten für sich behält, eigentlich ganz gut. Und dafür brauchten wir ein System, das zwar webbasiert ist, dass man also zur Not auch cloudbasiert machen kann, webbasiert, wie man ja dann vor 20 Jahren gesagt hätte. Was man aber auch on-premise bei sich in seinem Rechenzentrum installieren kann. Und dann haben wir eine Software geschrieben, die heißt Oposo. Und das haben wir auch unter der GPL veröffentlicht. Kann man sich auf GitHub runterladen. Und da da fast nichts kompiliert ist, gibt es auch sozusagen kein Source-Code-Geheimnis. Das sind im Wesentlichen Skripte und ein bisschen Backend-Zauberei. Und warum haben wir das gemacht? Kurzer Ausflug noch. Das hier ist, hier geht's, man kann grob, wenn man sich über Software unterhält, über drei Nutzergruppen, über drei Sachen sich unterhalten. Erstens, Software, die einem gehört. Das ist Open-Source-Software. Wenn ich Open-Source-Software habe, dann gehört sie mir. Wichtig, es gibt also Eigentum an irgendetwas. Und Eigentum verpflichtet auch. Und Eigentum kriegt man normalerweise nicht bei Software, außer eben bei Open-Source. Es gibt dann noch Besitz. Wenn ich etwas besitze, wie zum Beispiel ein Word, und ich kann das benutzen, auch wenn ich keine Internetverbindung habe, weil ich kein Office 365 habe, sondern ich habe wirklich mal Word gekauft. Dann habe ich diese Software im Besitz. Und dann habe ich sozusagen die Möglichkeit, zum Beispiel die auch zu löschen oder sonstige Dinge zu machen. Eventuell kann ich eine Kopie weitergeben, ist dann aber nicht erlaubt, aber ich kann es tun. Es ist Software, die in meinem Besitz ist. Und dann gibt es Software, da habe ich nur noch ein Nutzungsrecht. Und Nutzungsrechte sind das, was sozusagen wir zum Schluss an allem haben. Aber in diesem Fall haben wir eine Tendenz in der Industrie, dass uns überhaupt nur noch Nutzungsrechte zugeordnet werden. Wenn ihr euch das mal anguckt, bei iTunes, bei iTunes ist es so, ich kriege ein MP3 und streng, ob man da Besitz hat, das ist noch die Frage. Apple-Juristen haben ja, da gab es mal so ein schönes Bonbon, der Besitz einer gekauften MP3 von Apple ist nur das Recht, nicht von Apple verklagt zu werden, weil man diese MP3 besitzt. Also du kaufst dich nur kurz frei, von Apple verklagt zu werden, weil von denen das MP3 gezogen ist. Das ist das einzige Recht, was du kriegst und dann kannst du es von mir anhören oder sonst was. Und wenn man heutzutage Spotify hat, dann hast du nicht mal mehr ein MP3, dann hast du nichts. Dann kannst du einen Service nutzen und dann kannst du vielleicht offline speichern, aber nicht lange. Und dann hast du ein reines Nutzungsrecht an einer Datei. Und da geht der ganze Zug hin, wenn man sich das anguckt. Es gibt ja auch Netflix und Kindle und Kindle, muss man wissen, ist auch kein Besitz, sondern nur Nutzungsrecht, weil Amazon jederzeit, wenn ich nur versuche, irgendwie mit dem Internet Kontakt aufzunehmen, zum Beispiel auch Bücher von meinem Kindle wieder löschen kann. Wenn Amazon Rechtsstreit verliert und darf irgendein E-Book nicht mehr veröffentlichen, dann löscht Amazon von meinem Kindle-Leser das Buch. Amazon geht auch hin und wenn ein Autor einen Rechtsstreit verloren hat und muss dann, was weiß ich, war das nicht Modern Talking genau, wo der eine Typ gegen den anderen sozusagen einen Rechtsstreit verloren hat und er in seinem Buch irgendwelche Sachen schwärzen musste, dann war kurze Zeit später in dem Kindle-Buch diese Stellen geschwärzt. Das heißt, Amazon ist in der Lage, beliebig die Historie auch zu fälschen und Geschichte zu machen. Sehr interessant und damit sozusagen auch jederzeit Bücher umzuschreiben. Also mit der Bibel machen sie es noch nicht, aber wer weiß. Also das sind Punkte, das heißt, ich habe an all diesen Geschichten definitiv nur Nutzungsrechte, selbst wenn es sich so anfühlt, als hätte ich was bei mir. Aber hier auch in unserer Industrie genau das Gleiche, nicht Avira, Adobe, Microsoft, sie machen genau das Gleiche, ich kriege nur noch Nutzungsrechte. Und jetzt ist es so, dass ich natürlich auch an meinen beiden Produkten Nutzungsrechte kriege, aber wenn ich mir das jetzt mit dieser Wolke anschaue, das ist der entscheidende Punkt, wenn ihr diese Software bezieht oder wenn ihr sie schreibt und zur Verfügung stellt, hat man ein Eigentumsrecht bekommen. Die GPL sagt, dass ich mit der Software, die ich bezogen habe, tun und lassen kann, was ich will. Ich kann sie verändern, ich kann sie löschen, ich kann sie verändern und weiter verbreiten. Ich bekomme ein echtes Eigentumsrecht. Ich bekomme mit dem Eigentumsrecht eine Verantwortung für das Eigentum, weil ich zum Beispiel den Beitrag anderer Autorinnen und Autoren nicht weglöschen darf. Ich darf nicht einfach sagen, da oben steht noch Autor XY und den streiche ich jetzt durch und dann schreibe ich einfach meinen Namen rein. Das ist mir nicht erlaubt in der GPL. Das heißt, es ist so ein Grundgesetzcharakter, dass ich sage, meine Freiheit ist nur die Freiheit, die ich auch anderen gewähre in der GPL. Deswegen finden wir die GPL auch besser als BSD, weil BSD eher so eine Anarchielizenz ist. Ich kann hinterher alles Mögliche damit machen. Ich kann es auch proprietarisieren. Wir finden die GPL dann eine bessere Lizenz. Also hier gehen tatsächlich, und das ist ganz wichtig als Verkaufsargument gegenüber Kunden, die eine Software-Subskription haben, einer Open-Source-Software im Verhältnis zu irgendeinem anderem Geschnetz. Wenn wir eine Open-Source-Software in der Subscription bekommen, ist das nachher unsere und die kann uns keiner nehmen. Die kann auch nicht abgekündigt werden. Ich kann mein LibreOffice benutzen in der Version, in der ich es habe und ich kann sogar hingehen und mir Markus dafür schreiben. Ich kann sogar, was Sie wenigstens können, da eine Quellcode-Änderung vornehmen, aber ist es meins? Das Argument von vielen Leuten, die Open-Source-Software verkaufen, dass sie sagen, ja, du kannst dann sogar Änderungen an Quellcode machen lassen, das ist schwierig bei so Projekten wie Firefox oder LibreOffice. Aber viel wichtiger finde ich den Aspekt, dass man seinem Kunden sagt, das ist jetzt dein Eigentum und du kannst es auch behalten. Und mit Oposo haben wir jetzt einfach ein kleines Programm geschrieben, das macht Folgendes. Ich kann einfach, das ist ein kleines Web-Interface, in dem mache ich Subscription-Keys. Und da kann ich 10.000 Subscription-Keys für Samba machen. Und diese 10.000 Subscription-Keys, das sind einfach kleine Identifier, das sind so 24-kettige Zeichen und die kann ich in jeden Shop der Welt legen. Zum Beispiel in eine Shopware. Da kann ich mir einen Shop aufbauen, da kann man auf Shop Samba Plus zum Beispiel bei uns gehen und dann kann man dort diese Software kaufen. Und mit dem gekauften Key gehe ich einfach wieder zurück in das Portal und sage, das ist mein Key. Das Portal sagt, oh, das kenne ich, diesen Key kenne ich, den habe ich mal erzeugt als einer von 10.000 Keys. Du hast den jetzt irgendwo gekauft, melde dich doch mal an, mach dir eine ID und damit personalisiere diesen Key. Und das ist alles, was dieses Portal macht. 10.000 Keys erzeugen, rauswerfen, irgendwann kommt einer zurück und sagt, ich habe einen Key. Das Portal sagt, jo, wenn das deiner ist, fein, setzt mal ein Kennwort und dann sind dieser Key und das Kennwort auch gleich die Download-Credentials für die Software. Das heißt, ein ganz einfaches System, das ich zwischen den Shop hänge und meinen Download-Server und damit ermöglicht, dass ich freie Software sozusagen verkaufen kann. Und das ist für uns sozusagen ein ganz wichtiges Tool gewesen, was wir dann eben auch unter der GPL rausveröffentlicht haben. Ihr könnt euch das unter GitHub angucken. Man muss ein bisschen Erfahrung haben, das zu implementieren. Es gibt aber auch, da liegen auch entsprechende Anleitungen dazu und entsprechend kann man sich das dann aufbauen. Wir werden Oposto selber, auch wenn man die fertigen Debian-Pakete haben will, auch in der Subscription rausgeben. Das sind dann wieder andere Geschichten, aber dadurch, dass man hier nichts kompilieren muss, ist das auch für einen erfahrenen Systemadministrator machbar, sozusagen, das sich von GitHub zu ziehen zu installieren. Man muss dann nur so ein bisschen seinen Linux kennen. Und das war unsere Idee. Wir haben dann auch letztes Jahr da von der Open Source Business Alliance einen Preis gekriegt dafür, den sogenannten OSBAR. Und wir benutzen es selber für Samba. Und Samba hat jetzt sozusagen schon ganz ordentlich Geld verdient. Das freut uns und damit können wir sehen, dass dieses System auch funktioniert. Und wir haben jetzt ein paar Interessierte schon, die das auch bei sich anfangen zu implementieren. Und damit sind wir sehr zufrieden. Und damit das nicht nur Werberede für uns ist, sondern tatsächlich auch sozusagen ein Anhaltspunkt ist, das ist alles frei und Sernet gibt nur freie Software raus. Und wir können euch nur ermuntern, sozusagen zu überlegen, ob ihr mit dem, was ihr produziert und mit dem, was ihr macht, nicht auch dort Geld verdienen könnt. Ich glaube, dass wir in der Open Source oder in der freien Softwaretechnologie wirklich alles dran setzen müssen, damit wir wettbewerbsfähig bleiben und dass wir tolle Produkte rausgeben, weil wir sonst sozusagen gegen proprietäre Dienste einfach verlieren. Weil zum Schluss sind die Leute heute auf ihren Tablets und ihren Smartphones auch einfach nur unterwegs und laden sich was runter und benutzen es dann. Und da zählt dann nur noch die Softwaregüte. Ob ein Android Open Source ist oder ob ein Programm auf dem Android Open Source ist, das interessiert die Nutzerinnen und den Nutzer heutzutage kaum noch, weil das ein gedongeltes System ist. Und deswegen glaube ich, dass wir bei, wenn wir freie Software machen wollen und in der Industrie auch mit Ideen von freier Software weiter überleben wollen, müssen wir unsere Produkte auch auf ähnlichen Mechanismen verkaufen, weil wir sonst innerhalb der nächsten zehn Jahre sicherlich auch Gefahr laufen, in der Cloud zu verschwinden. Und da kann ich alle nur ermuntern, da mitzumachen, sozusagen, dass der Wandel, den wir in dieser Softwareindustrie sehen, auch von der freien Software sozusagen überlebt wird. Wir sind schon so viele Jahre dabei und in dem Cloud-Zeitalter müssen wir sehen, dass wir dabei bleiben. Und wenn jetzt noch Fragen sind, stehe ich dafür gerne zur Verfügung. Applaus 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 Applaus